Wenn es Streit unter den Erben gibt, kann das sehr schnell mühsam und langweilig werden. Denn wenn nur ein Erb mit einer Erbteilung nicht einverstanden ist, kann er den ganzen Erbteilungsprozess aufhalten. Dabei ist nicht entscheidend, wie gross der Erbteil vom einzelnen Erben ist. Es ist wichtig, dass alle erbberechtigten Parteien einstimmig entscheiden, wie das Erb schlussendlich aufgeteilt wird. Und wenn einer eben nicht einverstanden ist, kann er grundsätzlich eine Erbteilung über mehrere Jahre blockieren. Wenn Sie Ihre Angehörigen entlasten wollen, setzen Sie mit einem Testament oder einem Erbvertrag einen professionellen Willensvollstrecker ein. Ein Willensvollstrecker hat die Aufgabe, um die Erbteilung effizient durchzuführen und eben bei Streitigkeiten einzugreifen und eine kompromissfähige Lösung zu finden. Es gibt verschiedene Gründe, wieso es ratsam ist, einen Willensvollstrecker einzusetzen. Beispielsweise wenn Sie eine sehr grosse Familie haben, d.h. es gibt verschiedene und viele erbberechtigte Parteien. Oder vielleicht auch wenn Sie wissen, dass Ihre Familie verstritten ist und in gewissen Punkten nicht eins ist. Dann ist es wichtig, dass man dort Unterstützung beiziehen. Oder auch wenn Ihr Vermögen sehr kompliziert strukturiert ist. D.h. Sie haben vielleicht Beteiligungen an verschiedenen Firmen, Sie haben mehrere Liegenschaften, Sie haben Wertschriften. Auch dann kann die Erbteilung kompliziert werden. In solchen Fällen macht es Sinn, dass Sie einen Willensvollstrecker beiziehen müssen, der Ihre Hinterbliebenen unterstützt bei administrativen und eben auch rechtlichen Fragen. Haben auch Sie Fragen zu Ihrem Nachlass oder sind Sie verunsichert, ob Ihre Situation ein Willensvollstrecker sinnvoll wäre? Dann kommen Sie auf uns zu, rufen Sie an, machen Sie einen Termin ab oder informieren Sie sich vorgängig über unser Merkblatt. Alle Informationen finden Sie auch im Videobeschrieb. Kupfer.